Mein Tor. Seid ihr gut drauf? Ein Wechselkessel! Was das Temperament angeht, ist Spiekerhof. Sowas wie das Rio de Janeiro aus Twixland. Und ob das stimmt, das testen wir gleich mal jetzt. Also, Komi, meine Tabletta-Rolle! Wenn ich sage, ich liefere ab, dann liefere ich auch ab. Wisst ihr, was das Einzige ist, das der niemals abgeliefert hat? Pizza! Und immer noch so nach oben! Frankfurt, we love you!